Hallo Freunde, willkommen zurück bei ARK. Wieder dabei ist der Jay, der Epsche und der Raplay. Hallo. Hallo. Wie ihr hier seht, der Jay hat gerade einen epileptischen Anfall. Der, ja, Epsche hat seine Tabletten wieder nicht genommen, der ist total auf ADHS. Der Marcel, der Raplay ist gut gechillt und ja, was machen wir jetzt? Vorbereitet. Wir haben uns vorbereitet auf diesen großen Freund dahinten, den wir heute versuchen werden zu killen. Wahrscheinlich werden wir dabei gnadenlos sterben. Egal. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Denkt dran, Freunde, angreifen, aber nicht zum Haus laufen. Angreifen, dann sofort zum Haus laufen. Genau. Ins Haus, am besten. Überlegungstipp Nummer 1. Ja, genau. Soll, das wird doch niemals was. So, ich schieße jetzt den ersten Stein. Ich werfe das erste. Ah, weg hier. Lasst euch wirklich nicht erwischen, ne? Der two-hittet euch, also. Der macht gut Aua. Der hat eine riesen Range, ne? Nur mal so. Aha. Genau. Alter, fuck. Wenn der zu nahe kommt, umdrehen, weg sprinten. Alle am besten mal so ein bisschen verteilen, damit der sich nicht wirklich, äh... Er geht doch nur auf mich. Ach ja, okay, okay. Nee, der geht auf alle. Nein! Was ist jetzt passiert? Äpsche hat's rausgehauen. Ich auch. Alter, der kann aber auch sich weit bewegen, wa? Ach so, nee. Wie, wie, krieg ich's Leben oder Zeug? Einfach nur warten. Durch Essen und Warten. Oh, Leute, ich bin weg. Äh, Leute, hey, der hat mich wirklich weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier. Oh, der hat mich voll erwischt, ey. Wenn ich verletze, dann kann man nicht rennen. Nee, wenn du, äh, hört bist, kann man nicht rennen, nee. Ähm, weiß ich nicht. Läuft der dir noch hinterher, Marcel? Ich kann nicht auf den... Äh, äh... Läuft der dir noch hinterher, Marcel? Ich bin tot. Ach so. Ich bin tot, außer du. Außer mir? Ich kann nicht aufs Bett klicken, ne? Okay, ich mach jetzt gerade Bug-Using. Ist zwar nicht cool, aber hey, was soll's, mir egal. Äh, bitte nicht zum Großen laufen, weil ich kill den jetzt. Wenn ihr mir helfen wollt, noch, äh... Ich muss mir gerade noch einen neuen Schleuder machen. Okay. Ja, davor ein paar mehr machen sollten, glaube ich. Äh, bringt mir aber bitte Steine mit, dann einer gleich. Und bitte dann, wenn... Wenn ihr an der Hütte seid, ...den Hügel hochlaufen, aber bitte nicht da, wo der Dino ist. Andere Seite. Äh, sonst kann ich nicht mehr zu meiner Leiche. Aha! Er muss halt einen Riesenbogen um den Großen machen. Hier ist eine Biene, die... ...die giftet mich. Was soll denn die Scheiße? Verpiss dich. Ja, super. Jemand ist an der Hütte gespawnt und jetzt rennt er da hin. Geil. Der hat euch gespawnt. Der hat jemanden von euch gespottet, ne? Jetzt läuft er nämlich weg. Level 60, genau. Na, was ist denn jetzt mit dem Großen? Kann den einer von euch mal wieder anhitten und dann, äh, zur Klippe locken? Obwohl, hat sich schon erlegt. Das Wichtige ist halt jetzt gerade bitte, äh, Best 1 respawnen und nicht, äh, bei... ...äh, bei der Hütte. Hat jemand meine Leiche gesehen? Und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr mir einer bitte Steine mitbringen? Ich hab keine mehr. Bin nach am, äh, suchen meiner. Ich hab, äh, der Dino steht genau da, wo meine Leiche ist. Da. Der Große? Mhm. Dann sammelt bitte Steine und bring mir die. Irgendwer rennt auch der ganze Zeit an ihm vorbei. Ja, ich such grad auch meine Leiche. Ich weiß ja nicht, wie oft man sterben kann, bevor der gleiche mal verschwindet oder ob die einfach da bleibt. Die verschwindet nach 10 Minuten. Also man sollte eine Map entwickeln hier. M. Drück M, genau. Ja, aber da sollte auch, äh, meine Leiche. Der ist doch langweilig. Ja, du wärst ja kein Survival game. So, der hat irgendwie wieder gespottet. Wir können unsere Leiche... ...mitten am Strand. Äh, ja, der läuft halt jetzt gerade zum Strand. Ähm, derjenige, der da grad, äh, bei den Büschen ist... Ah, war ich? ...is am Arsch. Hilfe! Nein. Lässt mich in Ruhe. Wir sind Freunde. Und der verfolgt mich. Hab dem nur Acht. Ja, dann stirb bitte. Der Sterben ist doch für die Steine, Alter. Dann komm die Klippe hoch. Fange ich schon mal wieder an alles zu sammeln. Ey, das hat der irgendwie anders gespottet, oder? Der ist halt, äh, irgendwie... ...Wenn auf kracht. Ne, der kommt wieder zur Klippe zurück. Ähm, je nachdem... ...muss ich jetzt, äh, mich zurückhalten. Derjenige, der da grad unten auf den schießt, ne? Der ist tot jetzt. Pock und... Alter! Ja, wie gesagt, ich sag dir doch, bitte nicht angreifen, wenn ihr den angreifen wollt, bitte zur Klippe kommen. Aber nein. Warum auf Sparky hören? Er könnte ja recht haben. Achso, du meinst jetzt bestimmt an die andere Seite zur Klippe, wa? Ja, du brauchst jetzt nicht hochkommen, ne? Weil er folgt dir jetzt die ganze Zeit. Du bist nicht schnell genug. Dann lass ich mich töten. Gar, wie gesagt, hast du? Ich hab gar keinen mehr. Uah! Wieso? Wie hat der uns in der Zeit eine 3-Geklisenschaft und dich nicht? Hast du so weit hinten gestanden? Oh, shit. Ich hätte den leckten, sonst hätte ich auch weggekommen. Jetzt krieg ich das Bett schon... Na super, der Dino ist schlau, jetzt kommt der hoch. Ich hab jetzt durch die Zone 1. Bittes von, dann zerschett da das Haus. Ich bin so weit. 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 Ja, das Ding ist, er kommt jetzt die Klippe hoch. Das ist das Problem. Ich komm zu dir und geb dir die Steine. Ja, aber dann... Dann lenk ich den ab für dich. Wie gesagt, also nicht da hochgehen, wo er jetzt gerade ist. Da hat, glaube ich, schon wieder jemanden gespottet, oder? Reift der jemanden an? Ich glaube, der hat sich beruhigt mittlerweile. Meist du, der muss sterben, also... Ja, aber... Hm? Riecht er sein Leben wieder zurück, eigentlich? Der regeneriert auch, ja. Ja, kleine Raptoren auch hinten, ne? Also, in so einem Gebiet. Ja, kleine Raptoren sind ja nicht so schlimm. Wir sitzen nicht, aber... Oh, verdammt, ich hab kein Wasser mehr. Geh runter zum Wasser. Kann man das auf, meinst du dann? Ja, klar. Gehst jetzt... Äh, stellt sich ins Wasser und drückst E. Okay. Greift der einen von euch jetzt an? Der Große? Das heißt Wasser. Das ist ja sicher. Dann, äh, es pack hier. Ja? Irgendwas greift den an. Danke. 111. Läuft. Was, 111? Steine. Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, der hat sich ja wieder beruhigt anscheinend. Aber der greift irgendwas noch an. Ja, der... Vielleicht ein Raptoren... Ach so, die Kleinen da. Das ist klasse, wenn die den töten. Beziehungsweise, wenn die den zumindest ein bisschen Schaden zu fügen. Der ist auch bald durch, also der ist... Hat überall Schaden. Der Große. Ey, pass auf, da sind übelst viele... Ja, wie gesagt, der greift auch gerade alles an, da. Der nimmt gerade den Wald auseinander. Ey, was sind das da hinten, von hier? Jetzt links von dir. Links? Hm? Ich seh'n nichts, hier ist nur ein Felsen. Ey, geh mal hier, zu mir. Oh shit. Wespen. Käfer. Käfer! Hier, Hilfe. Ey, lauf weg. Wir machen, äh, vergiftet den Dissen. Ich weiß, ich bin vergiftet. Hinter dir, jetzt hinter dir. Ey, pass auf, noch mehr. Das sind Spinnen. Ja, das ist, äh, ein Fleischfresser da hinten. Der ist tot. Ja, der wurde umgelegt von den Käfern. Okay, das ist jetzt echt schlecht gerade. Was ist denn groß eigentlich? Ich seh' den gar nicht. Ich loote ihn. Oh, doch nicht. Pass auf, das sind Käfer. Sieh's. Die haben mich schon mal umgebracht. Hilfe. Ey, ich backe. Ich muss mir jetzt wahrscheinlich auch passen. Ich glaub, der Große wird jetzt auch umgelegt. Vielleicht hier auf der Klippe? Ja. So, Vergiftung ist wieder weg. Mein Typ kackt sich wieder aus. Der Giftschiff. Kein Plan, ich finde euch nicht. Dann wollen wir den Großen mal wieder angreifen, ne? Weil sonst beruhigt er sich wieder. Ohne nichts. Ohne nichts. Ah. Irgendwas bleibt die Pizze wieder an. Binne. Okay. Ich bin gleich auf die Pizzer. Hier. Ich bin für dich nicht. Fuck, einen hab ich doch gleich. Das bleibt mir doch immer irgendwas an. Sind das bei dir die Spinnen? Ja, wie viel halten wer? Spinnen aus. Hm, jede Menge. Wie gesagt, der Große scheint sich grad wieder zu regenerieren. Das ist schlecht für uns. Ich spoil jetzt einfach beim Bett. Mach das. Der Große ist ja nicht da. Äh, da sind aber Schildkröten in der Nähe. Da muss ich auch passen. Wir sind friendly. Wir sind friendly. In der Nähe von der Hütte sind Schildkröten. Wir sind friendly. Aber er ist irgendwie nicht angreifend. Okay. Warum haut denn der Große jetzt ab? Mit der Angst? Fuck man, jetzt ist meine Leiche weg. Ist genau an der Klippe liegen geblieben. Na super, ich lege. Ich bin wahrscheinlich jetzt grad genau zu dem Großen hingelaufen, ja. Oder nicht. Ich treffe ihn auch nicht. Ich komm und axte ihn um, aber ja. Ja, der liegt noch nicht im Dreck, also aufpassen. Trotzdem schaxt ihn. Scheint auch gerade eher vor mir wegzulaufen. Oder schlechthalt, äh, den Fleischfresser. Dreht der jetzt? Ne, der dreht jetzt. Fuck. Oh, der ist schon besser nah. Oh, super. Jetzt ist wieder in den Boden. Komm mal. Na, der Dino auch. Toi, jetzt ist alles weg. Ich werde zum Glück nichts dabei auffallen. Was ich viel schlimmer finde, was ich finde. Ich weiß wahrscheinlich gerade auch nicht mal mehr, wo ich bin. Super, jetzt brauch ich Fiber. Vielleicht hab das ja. Ich hab 76. Soll ich's dir bringen? Und wenn du mich findest. Wo bist du denn? Ja, genau. Ich suche auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah. Da, wo der Große im Boden wagt. Ich kann ihn nämlich gerade mit einem Speer hauen. Echt? Ja. Mit dem Wald gelocken. Das ist krass. Wie, du bist irgendwie hinter der Klippe, oder? Ich seh den. Ich seh euch, glaub ich. Der ist rausgebackt. Ja, ne, der haut jetzt ab. Der ist verletzt. Aber ihr seid da auf der kleinen Insel, oder? Ja. So, ich repriere jetzt erstmal meine Slingshot. Okay, so nochmal hitz dich, lieber Darks. Der ist jetzt, der läuft jetzt gerade weiter, also. Stirb. Oh fuck. Muss aufpassen, ne? Wenn der jetzt nicht umgeht und nicht haut, dann ist er ziemlich schnell. Ich hab' auch schreit. Ja, der hittet jetzt wieder. Pass auf. Ich persönlich find' euch nicht. Wie weit, wie weit ich weggeflogen bin. Guck mal noch. Okay, der hat mich wieder. Erschöpft. Ach, der ist, der liegt. Durch mir. Boah, jetzt stirbt mir Wurke. Jetzt bin ich mal gespannt auf die XP. Der ist aber trotzdem mies, dass wir euch nicht finden und... Ah, er ist down, er ist down. Ja, wir haben null OP bekommen dafür. Ich hab' auch nicht wirklich viel bekommen jetzt. Ja, wir haben null bekommen. Ja. Weil wir ja nicht, äh, angegeltet haben, nachdem wir drüber waren. Ähm. Boah. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich hab' den die ganze Zeit blind verfolgt. Zeig doch mal auf der Karte. Äh, die Karte ist sehr ungenau, ne? Da steht Mii irgendwo. Ja, aber nein, da wo das Ding ist, ist Mii. Das bewegt sich aber nicht. Oder? Doch, natürlich. Aber ich weiß ungefähr, wo du bist, ja. Du bist am ganz anderen Ende. Ich bin dehydriert. Ich weiß, wo ich bin. Aber so wie das aussieht, sterbe ich jetzt gleich. Bitte, bitte, lass mich jetzt nicht durch Fallschaden sterben. Und ich glaub' mich verfolgen ein paar Insekten. Ich bin mal Afghan, ne? Für so eine halbe Stunde. Aua. Ja, ja, hau rein. Ich bin erschöpft, ich bin dehydriert, ich bin zu heiß, also mir ist zu heiß. Äh, ich glaub' ich verreck' jetzt. Wo bist du denn? Und was ist das für ein Bass im Untergrund? Auf dem Weg zum, äh, der Hütte. Gut, ich komm' jetzt dahin. Äh, ich hoffe ich geh' jetzt den richtigen Weg. Na, das sieht gut aus. Hm. Ja, da ist ja alles klar. Echt? Das Ding bewegt sich? Tatsache. Da warst du doch. Ach nee, das ist Äppsche. Guti, guti. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 50. Wir müssen jetzt wieder so 15, 20 Minuten gewesen sein. Ja, wir müssen ja mal kurz aufhören. Ja, mach mal. Ja, was ist das erste Mal? Irgendwann, ich... Hier ist, äh, Fleisch drin, schon gekochtes. Ja, einfach alles. Ja, ja. So. Äh, sieben. Ist aber auch schon wieder was kaputt. Ja. Wasser? Kann man sich Wasser auch irgendwie so zufehlen? Oder muss man nur am Strand? Äh, du kannst dir ein, ähm... Äh, bist jetzt hart am dehydrieren? Puh, null. Okay, warte hier. Kannst du dann auch behalten. Kannst du Wasser rein tun. Bin ich am Verhungern. Ist da Wasser drin, ist es zufällig? Da ist Wasser drin, ja. Und dann, wie finde ich da wieder Wasser rein? Indem ich am Wasser laufe, oder? Und du läufst dann ans Wasser und, äh, legst den halt auf eine Taste. Und dann drückst du deine Taste. Also, wo das drauf ist. Äh, benutzt den eigentlich nur dann wieder so. Okay. Achso, Spalmeet. Das geht auch noch kaputt, okay. Ähm, heißt das Inventory. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? Ich habe noch 27. Muss ich mal irgendwas gucken. Narkotika und das habe ich gebaut. Den Kompass will ich nicht bauen. Äh, Felder könnte ich jetzt noch lernen, aber... Ich habe keine Lust. Aber ich muss das wahrscheinlich eh machen. Ähm... Äh... Äh... Level 15. Oh, bis jetzt Strikes am Jagen. Hübsche? Ich wollte nochmal gucken. Weil ich gerade so günstig stand. Am Strand. Achso, und wie war es so? Scheiße, ich bin gleich gestorben. Achso. Das ist ja doof. Warte mal, ich habe... Ich hatte doch vorhin, äh... Prime Meat. Wo ist denn das jetzt hin? Okay. Ich glaube, ich gehe da jetzt hin, hol mein Zeug und hau dem Vieh auf die Schnauze. Ähm... Darf ich dir einen Tipp geben? Passen. Du es nicht. Setz ein paar Punkte auf Movement Speed. So 110%. Und, äh... Dann kannst du eigentlich... Brauchst du fast nur noch rückwärts laufen, während du den mit einer Slingshop abknallst. Ah. Denn Movement Speed ist schon eine coole Geschichte, also... Kann man da eigentlich noch was looten bei dem Vieh oder so? Bei dem Großen? Ja. Nee, den habe ich komplett auseinandergenommen. Was meinst du, dass Fleisch herkommt? Hat aber echt gut Fleisch gegeben, der Kerl. Der ist aber drei Meter groß. Ja, der hat auch Prime Meat gegeben, aber das ist irgendwie weg. Weiß der Geier, warum? Äh... Naja, gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, dadurch, dass er jetzt auf der J wieder auf K ist, machen wir jetzt hier... ...Part Ende. Wir haben den Tino ja gejagt und gekillt. Wir sind Helden. Und, äh... Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschaui. Tschaui. Tschaui.